Und ein Moinsen zu VfB aktuell und ihr seht schon, hat sich lange angebahnt, aber wir haben unsere neue Nummer 1 verpflichtet. Der VfB hat verpflichtet Florian Müller vom FSV Mainz 05. Wir sind damit Station Nummer 3 für Müller. Er war letzte Saison an den SC Freiburg verliehen, hat schon viele U-Nationalmannschaften Deutschlands durchlaufen. Letzte Saison auch eine gute Saison gespielt, 31 Spiele gemacht, 46 Gegentore und 6x zu 0 ist 1,92 Meter groß. Hat damit auch seinen Marktwert auf aktuelle 8 Millionen Euro erhöht, hat aber nur noch Vertrag in Mainz gehabt bis nächsten Juni 2022. Also wir binden ihn an uns bis zum 30.06.2025 und er bekommt natürlich, wie gesagt, Stammkeeper, die Nummer 1. Ersetzen wird der Kobel, der ist ja für um die 15 Millionen zum BVB gewechselt. Und wie wir ja mitbekommen haben, gab es ein bisschen hin und her um die Ablöse. Das geriette schon Ewigkeiten im Raum. Transfermarkt.de spricht hier von 4 bis 6 Millionen Euro. Der Kicker spricht von einer Basisablöse von 5 Millionen. Also konnten sie sich am Ende einig werden und wir haben diese Lücke geschlossen. Ein bisschen Tatsack dazu, Zitat von der VfB-Webseite. Florian Müller hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen. Seine Fähigkeiten als noch junger Torhüter, sein Charakter und seine Mentalität machen ihn zu einem perfekten Neuzugang. Florian hat mit 23 Jahren bereits 73 Bundesliga-Spiele bestritten. Er hat in Mainz und in Freiburg wichtige Erfahrungen gesammelt und er hat den Antrieb, sich ständig weiter zu verbessern. Wir sind sehr froh, dass er sich für uns und unseren Weg entschieden hat und mithelfen möchte, die positive Entwicklung des VfB vorzusetzen. Und natürlich auch das, was Müller zum Wechsel geäußert hat. Der VfB hat eine starke junge Mannschaft mit viel Entwicklungspotenzial. Das hat man in der vergangenen Spielzeit gesehen, als sie eine souveräne Saison gespielt haben. Ich freue mich extrem auf die neue Aufgabe und auf die kommende Saison, in der hoffentlich die Zuschauer zumindest teilweise zurückkehren werden. Ich kann es kaum erwarten, bis die Vorbereitung endlich losgeht und ich die Jungs besser kennenlernen kann. Also der Kollege hat Bock. Wir haben unseren Stammgeber für nächste Saison verpflichtet. Das Hin und Her hat sich erledigt. Wir haben ihn, sind da jetzt sicher aufgestellt für nächste Saison. Wichtige Positionen, auch wichtig, die früh zu klären, haben wir damit getan. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Haut eure Meinung rein zum Transfer. Hatte die andere Leute im Kopf oder ist Müller eben auch für den VfB auch eure Wunschlösung gewesen? Quellen sind natürlich auch wieder unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ganz logisches Ding. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.